Das zu veräußernde 16,5 Zimmermehr-Familienhaus steht in Mante. Die im Jahr 1903 erbaute Immobilie wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über vier Parkplätze. Es hat eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 951 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 405 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 395.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.